In diesem Video geht es einmal um Ethereum, denn wir stehen hier ganz kurz vor einem Breakout, Ethereum wird in den nächsten Stunden eine sehr volatile Bewegung sehr wahrscheinlich hinlegen und in welche Richtung das Ganze geht, wie ich das Ganze trade, wie ich davon profitiere, ganz genau das erfährst du heute in diesem Video. Bitcoin-Update Deutschland VIP-Gruppe den letzten Trade natürlich mal wieder sehr erfolgreich hier abgeschlossen und zwar sind wir dort eingestiegen bei 26.900 Dollar, das war gestern, das war ganz genau hier unten, daraufhin ist Bitcoin nach oben ausgebrochen, zurückgekommen, hat das Ganze geretestet, ich rede hier von diesem Ascending Triangle Pattern und dann hat es uns hier nach oben hin katapultiert in zwei 15 Minuten Kerzen und wir haben hier circa 0,75% Profit gemacht in unter einer halben Stunde, was auf jeden Fall sehr krass ist. Und wenn du auch ganz genau in dieser Form einfach meine Trades übernehmen willst, komm gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung in meine Krypto Deutschland VIP-Gruppe, dort komm immer wenn ich einen Trade mache, eine ganz genaue Beschreibung von meinen Trades, wie ich sie mache mit meinem Einstieg, mit meinem Stop Loss, mit meinem Take Profit und auch ein 4 Minuten langes Video in diesem Fall, wo ich ganz genau erkläre, wieso ich in diesen Trade reingehe. So, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung, wenn dich das Ganze interessiert. Dann Ethereum, wir müssen hier, bevor wir in den kleinen Timeframe reingehen, erstmal rauszoomen, wir gehen hier in den Tagestimeframe rein, denn was ich euch bereits ja schon mehrfach erklärt habe, wir befinden uns hier in einem aufsteigenden Channel und was ist ein aufsteigender Channel meistens an sich? Ja genau, ein bearisches Chartmuster, was meistens nach unten ausbricht, das hatten wir damals prediktet, da waren wir glaube ich hier und waren kurz vor einem Bounce, ich habe aber gesagt, Leute, das Ganze wird sehr wahrscheinlich nach unten ausbrechen. Ganz genau, das ist auch passiert, wir sind jetzt nach unten ausgebrochen und haben den nächsten großen Support hier ab 16, ab 1670 bis 1730 Dollar. Jetzt gehen wir wieder zurück in den 4 Stunden Timeframe rein und dort habe ich euch das Ganze auch einmal markiert. Hier sieht es tatsächlich nach einer bearischen Bewegung aus, wir haben sowieso die Wahrscheinlichkeit, aufgrund des Durchbruchs durch dieses Pattern ist sowieso höher, dass es weiter nach unten geht und bei Bitcoin sieht es auch eher bearisch aus, das heißt auch hier bin ich eher bearisch eingestellt und das Ganze könnte natürlich auch ein wunderbarer Trade sein. Ich werde euch jetzt hier einmal beide Price Targets zeigen, ganz simpel, wir nehmen hier einmal das Mashup Move Price Target und sagen hier, das Price Target ist ca. 1750 Dollar. Für eine Abwärtsbewegung nach unten würde ich diesen Preisrahmen anvisieren und für eine Aufwärtsbewegung würde ich anvisieren 1.800 und 74 Dollar. Das heißt, man könnte bei einem potenziellen Long Trade 3,3% Profit machen und bei einem potenziellen Short Trade könnte man sogar 3,57% Profit machen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier eher 70%, dass es weiter nach unten geht und nach oben geht es hier eher zu 30% und ja, ich weiß, viele Leute sagen immer ja hoch oder runter, das ist eben Trading. Es gibt im Markt nur zwei Sachen hoch und runter und eben Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit ist hier eben auf der Seite von Short. Ich kann aber auch beide Richtungen traden, indem ich quasi sage, sobald wir hier sicher nach oben ausgebrochen sind und eine 4-Stunden-Kerze oberhalb des Widerstandes geschlossen haben, dort würde ich in eine Long-Position einsteigen, da da die Wahrscheinlichkeit auf 70% hier oben springt, dass es weiter nach oben geht. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Ausbruch-Wigs, die wir hier ja hier en masse gesehen haben, sondern wirklich von geschlossenen 4-Stunden-Kerzen oberhalb plus Retest wäre dann für mich eine relativ sichere Long-Position. Für Shorten natürlich ganz genau dasselbe, nur weil die Wahrscheinlichkeit 70% ist, gehe ich hier nicht blind in eine Short-Position rein. Was aber auch noch ein wichtiger Indikator für uns ist, sind hier die Bollinger Bands, die hier oft weit auseinander gehen, weit auseinander schweifen und hier sehen wir auf jeden Fall, dass die Volatilität immer enger zusammen gesqueezed wird, was natürlich bedeutet, dass wir hier kurz vor einer volatilen Bewegung stehen. Das heißt, wir haben hier unsere beiden Preisziele, wir haben hier auch nochmal ganz genau hier 30 und 70% Chancenverhältnis, grundsätzlich, weil wir aus einem Abwärtstrend kommen, ist die Chance eben 70%, dass es nach unten geht. Man kann aber beide Richtungen problemlos traden, wenn man eben vernünftig einsteigt nach einem sicheren 4-Stunden-Kerzen-Close außerhalb und eben nach einem Retest. Wenn ihr wissen wollt, wann ich in diesen Trade einsteige, kommt gerne mit dem ersten Nick in der Videobeschreibung in meine Krypto Deutschland VIP Gruppe, dort kriegt ihr meine Trades ganz genau in dieser Form mit einer Nachricht, meistens sogar noch mit einem Video drin, wo ich ganz genau erkläre, wie ich das Ganze trade und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.